Ja, Waldläufer. Oh, Wumpus. Oh, in Stufe 7 kriege ich ja. Und ein Weitling hinter uns. Ja gut, den Wumpus, den lassen wir erst mal. Und der ist Level 9. Okay, wir haben ein paar Verluste gemacht. Die kann ich aber supi ausgleichen. Sonsten technisch habe ich ja genug. Rohnenkrieger, zu mir! Hm. Wenn Seetrius noch einige der Waldläufer um sich geschart hat, werden sie auf Orks nicht gut zu sprechen sein. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Sobald wir uns dem Lager nähern, solltest du deine Truppen zurücklassen. Sonst kommt es zum Kampf. Das kennen wir ja auch bereits aus Order of Dawn. Für den Clan. Jawohl. Ich werde meine ganzen Truppen zum Monument zurück beordern. Für den Clan. Lauft. Ja, der hat erstmal den Griecher und den Wumpus leben lassen. Und die Truhe da auch umgeplündert lassen. An die kommt man wahrscheinlich eh nur ran, wenn man den Wumpus besiegt hat. Du hast nicht nur einen Waldläufer, sondern auch drei Händler. Und ja, es hat einen gewissen Grund, warum ich die Orks zurückbeordere. Eine der wenigen Sachen, die ich mich noch aus ähm... Breath of Winter erinnern kann. Und ich glaube das Ding hier oben ist nur... Schau, ja. Ich kann da nicht hinlaufen. Jedenfalls nicht von hier aus. Und auch hier kann ich nirgends... Hier kann ich nicht hoch? Nö. Nee. Zu den Waffen! Tue wie befohlen! Und ihr sollt alle zurücklaufen. Was liegt an? Was liegt an? Musik hat aufgehört. Ja, Nagelkäulen. Ja, Nagelkäulen. So, dann kann ich ja eigentlich theoretisch mal jetzt... Was ist hier jetzt am Speichern nochmal? Setrius im Besuch abstatten. Janina! Du lebst! Welch ein Glück! Sei gegrüßt, Sietrius. Ich sehe keine Freude in deinen Augen. Ich komme zurück aus dem Reich des Todes. Dunhans Zorn hat mich getötet, doch seine Begierde holte mich wieder zurück. Er liebt dich, so wie ich es tat. Pah, Liebe! Er hat ein Monstrum aus mir gemacht. Er hat mich aus dem ewigen Schlaf gezerrt. Aber etwas ist mit mir zurückgekehrt. Ein Monstrum, das nun in meiner Seele wohnt. Dann bist du nicht hier, um einen neuen Anfang zu machen. Ich bin hier, um es zu Ende zu bringen. Dann müssen wir dich zu Dunhans bringen. Es gäbe einen Weg, wenn die Runenkrieger, die euch begleiten, uns zur Hand gingen. Was ist das für ein Lärm? Die Kitarre greifen euer Lager an. Das sind ihre Elitekrieger. Die Skargs sind verloren. Und eure Leute ebenfalls. Wie es scheint, seid ihr nun auf euch allein gestellt, Runenkrieger. Ihr seht, dass wir eure Hilfe brauchen können. Ja, Level A. Was liegt an? Sie sind in der Stadt. Ein Monument verliert seine Kraft. Ja, das sind Elitekita. Feinde in der Stadt. Totems, 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 Totems. Solange es noch geht, Totems. Sie sind in der Stadt. So, und Level Up natürlich. Also ja, ich gehe auf noch weiße Magie und Natur. So. Da kann ich nämlich auch den Zauber, den ich hier habe, benutzen. Sie besetzen ein Monument. Krieg. Vorwärts, vorwärts. Bin schon auf halbem Weg. Wo sind die Gegner? Okay, und meine Dings regenerieren gerade auch nichts mehr, was doof ist. Können wir aber schnell ändern. Und ja, genau das hatte ich in Erinnerung. Was liegt an? Vorwärts, vorwärts. Wo sind die Gegner? Nicht zurückweifen. Ist was. Da können wir schnell einmal Abhilfe schaffen. Oder auch nicht, wenn wir kein kleines Hauptausgaben haben. Okay. Feindlicher Angriff. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ich bin müde. Also ja. Neue Truppen ausbilden. Na los. Sollte kein Problem sein und die Kita vertreiben. Ich kann nicht sagen, dass mich euer Besuch erfreut, aber nehmt meinen Dank entgegen, dass ihr Janina sicher hierher gebracht habt. Er sagtet, er sagtet, ihr braucht Hilfe. Ja. Ja. Janina muss Dunhan gegenübertreten, will sie je dem Fluch entkommen, der auf ihr liegt. Wir kamen eigentlich hierher, um Dunhan zu suchen. Der Widerstand braucht ihn. Mein Bruder ist dem Wahnsinn verfallen. Seine Kita-Söldner plündern das Land und er sind nur darauf, mich zu töten. Um den Widerstand schert er sich nicht mehr. Aber es gibt einen Weg, euch und vielleicht auch Janina zu helfen. Doch dazu müssen wir zuerst die Kita ausschalten, die ihn bewachen. Meine Walzläufer sind tapfer, aber gegen die Elite der Kita sind sie machtlos. Wir müssen die Kita schwächen. Ein Gift wird uns helfen. Diese Bestien sind hart im Nehmen, aber das Gift der Wildfeuerblume wird sie schwächen und verwirren. Ihr wollt eine Horde Kita-Krieger vergiften? Wie soll das gehen? Da kommt ihr ins Spiel. Ich werde euch etwas Gift mitgeben und ihr verseucht damit ihre Wasserquelle. Das Tor zu ihrem Land ist verschlossen. Ein Bergpfad führt von hier über die Sturmfelsen. Über den gelangt ihr ungesehen bis zu ihrer Wasserstelle. Gebt das Gift dort in den Brunnen. Wo finden wir diesen Bergpfad? Er beginnt östlich von hier in den Bergen. Folgt ihm über die Sturmfelsen. Dann könnt ihr die Wasserstelle nicht verfehlen. Hier habt ihr etwas Wildfeuergift. Gebt es in ihren Brunnen. Sollte machbar sein. Aber gucken wir erstmal, was haben die Leute hier so schönes. Du hast nichts, was wir benutzen können. Du auch nicht. Ach ja, stimmt. Es gibt jetzt Zweihandspeere. Alter Armbrust. Ach, und da hinten war noch ein Händler. Und da unten ist auch noch einer. Okay. Du siehst wie ein Magierhändler aus. Ja, du hast auch Magiezeug. Hm. Außer dem Blutsteinring nichts Besonderes. Wir haben ein Monument verloren. Das finde ich jetzt unschön. Unsere Stadt wird angegriffen. Da sind dann wohl, da hat sich dann wohl das Tor geöffnet. Ja, ich gehe hier auf jeden Fall nicht weg, ohne meine Rache genommen zu haben. Und du hast auch nichts. Okay. Okay. Quest. Fragt den Gewirksfahrt im Westen und vergiftet die Wasserquelle. Dunhalter wird von der Elite der Ketar geschützt. Die Walddäufe haben nur eine Chance gegen sie, wenn die Ketar geschwächt sind. Ihr müsst die Wasserstelle der Ketar vergiften und diese zu schwächen. Benutzt den Bergpfad, um in den Westen zu planen. Mhm. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Okay, durch ein paar Spinnis. Durch. Unsere Stadt wird angegriffen. Und ja, eigentlich könnte ich laden und das nochmal machen. Und diesmal richtig mit dem Angriff. Also erst ein Nahrungslager. Dann haltet Männer. Also noch ein Nahrungslager errichten da oben mit Sicherheit. Aber wird vermutlich auch so irgendwie gehen. Muss es ja. Also ja, das Tor hier ist wahrscheinlich jetzt offen. Untertitelung des ZDF, 2020